Im Moment befinden sich die faschistischen Invasoren auf dem Rückzug. Aber wir wissen, dass sie hoffen, unsere Offensive am Fluss Dnieper zu stoppen. Sie werden mit ihren Männern einen Übergang über den Fluss erzwingen, unterstützt von unseren Luftlandeinheiten. Der Anblick roter Fallschirme wird dazu beitragen, die Faschisten zu demoralisieren und uns den Sieg zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020